hallöchen und willkommen zu einer neuen folge was auch musik noch leider hatte ich mal wieder bloß gehen ist es schon wieder was verloren gegangen aber nicht viel ich habe mir das zeug besorgt um diesen altar zu bauen und zwar zu erschaffen was auch magie den hier war nicht so spektakulär wir mussten nur den in mir erstellen im transmutator das kloß bauen ganz einfach jeder und über fragments und wir brauchen 20.000 energie die wir jetzt auch haben und können wir jetzt das ritual machen ach so und ich habe diese power dinge eingemacht und irgendwie haben wir keinen effekt und kein sichtbar also ich habe keine ahnung ob das überhaupt irgendwas gebracht hat das ist eigentlich alles da und das funktioniert nicht die dritte lens ach wir brauchen noch ein opfer verdammt zählt auch ein golem für war nicht der große da out in top nach der nicht die drei freundlich heute wirklich sterben so töte ich dich mal lieber wo wir brauchen einen blauen gole das ist ein haus teil mob echt jetzt ok 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 er tut uns doch gar nichts eigentlich sollte der kein hostile mob sein und wie gesagt er tut uns ja nix und zwang uns wieder ein squid wie immer schwebt doch schon einer rum da warte mal haben wir vielleicht noch wir haben noch eins gut dann fange ich mir noch gleich ein werden wir schon da andere bestimmt auch ein brauchen nehme ich jetzt einfach mal so an und ich hoffe einfach dass es nicht wieder ein blues ring gibt es kotzt mich langsam richtig an das habe ich nur beim einkracht ach kriegen wir angst wenn das jetzt klingt dass er gleich wieder ein blues ring fabriziert es regnet bei mir draußen hier wird es schon nur kurz warten und das ist recht was passiert ach ne das war falsch ne da muss er da bleiben und da müssen wir warum na gut dann müssen wir doch nächstes mal wieder ein squid holen hä der hat das aufgebraucht aber wo ist der altar hä willst du mich gerade verarschen das ding war so teuer hä ach ne ne ach ne ne hey das finde ich jetzt aber richtig scheiße das ist richtig übelst beschissen wo ist das wo ist das hä das ist vielleicht der falsche ort muss ich das echt in den video gleich machen hä hä ey wenn das stimmt dann wäre das ja richtig mies ey das ist so ätzend jetzt sehe ich dann ja gar nicht ein dass hier nix ist komm 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 ich weiß man muss dann das in den mountain biome machen also hinstellen nachher den alter ach ich wusste nicht dass man das gleich auch da erzeugen muss aber hier ist ja nix ach ey das ist mies ey das ist mies jetzt haben wir mal richtig richtig mies jetzt haben wir mal richtig richtig mies hä hä wir haben nicht mal diesen drecks schlüssel jetzt alles umsonst opfert boah ist das scheiße alter ist das richtig scheiße ey ach ach jetzt wir dürfen diesen scheiß drachen nochmal besiegen dann wenn wir den drecks schlüssel nochmal machen können alter ist das kacke das ist ja richtig beschissene pisse kotzt mich ja richtig an hier ach nö da steht nur man muss die beiden altar stücke dahin platzieren du weißt du was mir ist das jetzt egal ich habe da jetzt keine probleme mit zu tieten wenn dieser mod mich verarschen will dann soll das machen aber nicht mit mir ich hole mir das ding jetzt hier aus dem dings noch nicht bescheuert mach alles nochmal hallo ach du ein shadow creatures ich habe doch nicht alle ich habe doch nicht alle tassen im schrank 9 decoration blocks food items was ist denn das ding drei löcke also ich hole mir jetzt nur den einen weil ich sehe das echt nicht ein also ne wenn ich etwas falsch gemacht habe dann tut es mir leid aber ich schicke mir das jetzt trotzdem weil so ein buch so nicht geschrieben steht dass ich da irgendwo anders noch beachten muss das ritual ging auch los wenn das falsch gewesen wäre dann hätte das ritual gar nicht beginnen dürfen bin ich zumindest dabei noch wenn ich ein mod mache dass ich das dann nicht so verhaue sag mal mich verarschen hier mit der haut eingeben nein wo sind wo sind wie heißt du alter da ist er so kein bock hier ne können die mal schön vergessen dass ich nochmal alles neu mache der mod macht jetzt doof ist das richtig zu beschreiben oder richtig einzubinden dann kann das doch nicht meine schuld ach hör auf jetzt geh weg ach hör auf jetzt geh weg erstmal diese dricks kreaturen hier alle töten so auch weg gut und weg so haben wir das ding wenigstens wieder und wie gesagt das sehe ich nicht ein dass ich hier den fehler vom modmacher beschafft wird mich ans buch gehalten und damit ist gut alles voll das ist doch ekelhaft jetzt gibt es irgendwie die energie behindert und nachher noch was zwischen ist deswegen möchte es weg so aber das jetzt noch dauert bis wir mehr energie haben dachte ich mir wir gucken mal ob wir noch mehr statuen kriegen eine gute idee aber der angekrankt das ist mir egal damit wir da mehr statuen hinsetzen können und eventuell dann damit mehr energie erzeugen wenn wahrscheinlich auch noch mehr böse sachen passieren dann übrigens da war ich mal gestorben habe ich erzählt aber wir müssen dahin zu den schockers die haben ja gut funktioniert immer dauernd neue geschaffen deswegen fliegen wir da auch hin ich muss sagen irgendwie läuft mein kopf besser bis auf die abschütze natürlich in scheiße wenn ich herumstehe kann ich habe das schockers heute noch eigentlich neues bohren na obwohl ich weiß was passiert ist die monolithe sind jetzt in der biomasse gespawnt bestimmt deswegen gibt es keine schockers mehr bestimmt ja die biomasse ist weg ohne biomasse ein schockers verdammt mal gucken ob hier noch irgendwas ist aber hier war glaube ich noch ein ding das klingt hier ist die biomasse raus warum ist die biomasse weg läuft hier irgendwie auf den server rum und klaut immer die biomasse das sieht auch interessant aus ich will noch so ein ding ersuchen ich hoffe dass es immer was ist aber ich will noch so ein ding ersuchen ich will noch so ein ding ersuchen ich will noch so ein ding ersuchen cool machen wir mal kurz hier ein waypoint am nochmal Dorf 3 safe eine schmiede oder sowas so ein mini-dorf hier Leute Schafe ach warte mal ich bin schon die Schafe sehe hier besorgen wir uns mal ein paar Schafe wir müssen ja wieder Opfern hier weiße so die zukünftigen Opferungen naja ich hatte echt gehofft hier sind und mehr Dinger bei dem in feste dinge aber irgendwie nicht so mehr schon was bohren dinger ah pferde das sieht auch aus noch ein dorf ok doch vier aber nur falls wir mal benutzer brauchen interessant was haben die von uns ok ja mut cool das sieht so anders aus aus gegenüber den anderen ne hallo oh nichts drin du willst emerald red ok er verkauft gleich mal hier die duerten plage als huch das ist ja auch schön weißt du haben noch aussehen der villager und dann kommt er gleich mit dem an ich muss sagen ich habe so ein shocker spawn noch nie auf land gesehen obwohl es das ja auch geben soll eigentlich ist das nur ein mythos oder gibt es das wirklich bis da waren wir schon mal mal hier noch auf mal hier noch auf irgendwie kommt hier kein schraubos nach hier ist irgendwie und links geändert worden wahrscheinlich deswegen diese komischen ecken so bisschen die welt zerstört oh das sieht cool aus das sieht aber echt cool aus das bj hammergeil moment hallo ach jetzt anders dauert bei windows aber bis er ein screenshot macht sieht schon echt geil aus aber das will ich ja nicht ich will oh gosh jetzt schon wieder rockland heißt das ok island wow riesige berge wenn sie mal irgendwo ein show ausbauen sein dafür dass sie den kaputt gemacht haben kann ich doch nichts den ein körper nicht nicht bei antworten sie 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 cool aus mit dem texture pack ach du heilige die bäume sehen auch geil aus redwood forest das ist aber schwierig mit den sps hier oder sehr cool aussieht und gucken haben wir geiler aus und mir gefällt das weiß zwar nicht warum wir gras kriegen aber ok dann noch dunkel ich habe echt kein gelück ne verdammt kann man sich die beiden einzigen schockers dinge sein da drei sind insgesamt drei ich habe mich um die bier musste da weg ist ich habe gebaut ich wollte doch nur mehr statuen holen und jetzt fliege ich hier 50 milliarden jahrelang rum noch ein dorf das magiere ich jetzt aber nicht mehr was doch was erkennen aber ja das ist das wo wir mal waren danke dass ich wieder beruhigt hast das ist echt jetzt sind noch ein dürfchen ist ja cool in die straße lassen haus das sieht echt cool aus hier ist die grenze waren wir noch nicht und leicht dass hier ein anderes biogen gesporent ist dann so ist jetzt wieder neuen regeneriert er jetzt hier mal wo uns ein schockers wäre nett haben wir wieder korallium entfestet komm schon hier wird doch irgendwo ein schockers bestimmt rumlaufen komm schon ach ja kurz stehen bleiben damit er erholt ein anti spinne die ist voll anti eingestellt hier ist nix dann ist es doch nicht vermehrt in dem ding hätte aber gepasst und das wäre das hier mehr wo wir spawnen können weißt da sind so welche dicht aufeinander und hier ist gar nix wieso ist das so oder können keine neuen generiert werden weil irgendwas nicht stimmt da hinten ist ein dorf und wieder mal geht auch cool aus wobei ich mich frage warum die dann brunnen brauchen wenn die den fluss aber egal warum ist gerollt immer ein festes ding ist ja riesig alles doch ist cool ich habe keinen plan ich finde nichts mehr nein es ist echt so dass es nicht mehr generiert werden kann und das heißt dass wir dann keine trockers mehr kriegen wir haben biomasse und können die irgendwo hinsetzen und dann spawnen die wäre eventuell möglich aber hier seht ihr hier ne das bringt nix hier ist einfach nichts mehr gut nach hause das bringt nix da ewig rum zu fliegen anscheinend spawnen da echt nichts mehr halt haben wir nur oder haben wir nicht keine biomasse das heißt der panda hat das abgebaut interessant oder da kommt was anderes raus wenn man die abbaut das kann auch sein so oder so einfach kackt wir kriegen keine schockers mehr ach die brauchte ich eigentlich noch toll sticks das mache ich denn jetzt ich wollte eigentlich die sind ja alle leer das problem in der anderen hier war nichts mehr so was und ja nur die da müssen wir auf der map erkennen ja das war der sonst sehe ich nicht zum aufgedeckten bereich da war der der ist ja tot der war auch tot und sehe ich keinen weiteren dem was wir aufgedeckt haben das ist echt merkwürdig da sind drei und dann sonst keiner mehr deswegen irgendwas stimmt da wahrscheinlich nicht die werden einfach nicht mehr gespawnt das ist ja so weit außerdem gar nicht also eigentlich hätten wir dann noch andere treffen müssen wo man ja dazu sagen muss das alles war ja auch schon altes gebiet also hätte die politisch da auch was generiert werden können aber wo es auch nicht also kein plan keine ahnung wir lassen es einfach das bringt ja nichts aber das ist echt scheiße dass sie sich dasselbe kaputt gemacht haben durch den monolithen spawn naja aber nichts machen werde ich energie sammeln ewig darum hängen wahrscheinlich und dann sehen wir uns einfach nachher in der nächsten folge wieder vielen vielen dank fürs zusehen wir sehen uns dann wie gesagt beim nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020